Guten Abend beim Wetter. Mit 27 Grad war es heute am wärmsten im Blut ins Info Adelberg. Allerdings war das vor dem Gewitter, denn nach dem Gewitter hat es dann nämlich auf 18 Grad abgekühlt. Und so haben sich die Gewitter heute entwickelt. Jetzt ziehen nämlich die Gewitter von Ost Richtung Südwest. Die roten Punkte sind die aktuellen Blitze. Wie geht es morgen am Mittwoch weiter? Es regnet immer wieder am Nachmittag, mischen sich dann auch ein paar Gewitter dazu. Aber es bleibt vorerst noch warm. Die Temperaturen liegen am Nachmittag bei 19 bis 23 Grad. Am Donnerstag zu Christi Himmelfahrt. Ja, da ist es im Osten eher warm und trocken, im Westen regnerisch und deutlich kühler. Unbeständig geht es dann rein ins Wochenende und in der neuen Woche. Ja, da kühlt es dann ab, denn die Eisheiligen lassen grüßen. Wir sehen uns aber morgen wieder. Schönen Abend.